Musik Du kennst bestimmt die drei Männer im Feuerofen. Eine wundervolle Geschichte, ein gewaltiger Sieg für den Herrn und für Leute, die treu an seiner Seite standen. Drei Männer, Shadrach, Meshach und Abednego, waren nicht bereit, ihre Knie zu beugen vor einem Götzenbild, was aufgerichtet worden war. Sie haben gesagt, das werden wir niemals akzeptieren. Wir sind eher bereit zu sterben als das. Sie kamen in den Feuerofen und wurden durch Gottes Eingreifen übernatürlich wunderbar gerettet. Ich glaube, dass es auch Christen gibt, die Ähnliches erleben. Sie sind nicht bereit, ihre Knie zu beugen vor den Götzen dieser Welt. Das sind beispielsweise Geld, Ansehen, gesellschaftliche Konventionen, Sicherheiten und so weiter und so weiter. Sie sagen, nein, ich verlasse mich allein auf den Herrn. Und auf einmal befinden sie sich in einer Situation von Bedrängnis, von Schwierigkeiten, von vielleicht sogar Lebensgefahr. Wie diese drei Männer. Weißt du, der Prophet Jesaja hat 120 bis 150 Jahre vor diesen drei Männern ein gewaltiges Wort gesagt. Da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Vielleicht haben diese drei Männer dieses Wort von Jesaja gekannt und sich daran erinnert. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall, für dich gilt dieses Wort. Der Herr spricht dir dieses Wort zu. Wenn du das Gefühl hast, dass das Wasser dich überwältigt, es wird dich nicht ersäufen können. Wenn du das Gefühl hast, dass das Feuer dich verbrennt, es wird dich nicht versenken können. Der Herr wird seine Hand auf dich halten, wenn du treu zu ihm stehst. Wenn da Bedrängnis ist, wenn da Hitze ist. Der Herr ist bei dir. Er geht mit dir dorthin durch und wird sich einen gewaltigen Sieg aufrichten. Das möchte ich dir zusprechen. Das gilt für dich. Das gilt für dich. Wie es für Schadrach, Meshach und Abednego gegolten hat. Der Herr spricht dir zu im Psalm 23. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Das ist das Gleiche. Und in der Bibel finden wir viele solche Aussagen. Wenn du im Bedrängnis bist, halte am Herrn fest und er wird sich herrlich dadurch erweisen. Und im Grunde genommen, wenn du in so einer Situation steckst, dann solltest du deinen Blick darauf richten und sagen, ich werde hier herauskommen mit einem gewaltigen Zeugnis zur Ehre Gottes. Ich werde ein Zeugnis haben. Ich werde ein Zeugnis haben. In der Bedrängnis musst du diesen Blick haben. Wie diese drei Männer im Feuerhofen. Ich werde ein Zeugnis haben. In dem Sinne glaube ich, der Herr bringt dich nicht nur hindurch, sondern er wird viel, viel mehr für dich haben, als du bis jetzt sehen kannst. Ich werde ein Zeugnis haben. 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 Vielen Dank.